Ja genau, deswegen ist es mir halt heute so wichtig, das Leben ist einfach so kostbar, das ist so ein Geschenk und das nach draußen geben, weil manchmal vergessen wir das wirklich, wir verlieren den Fokus, wir denken so, ja unser Leben ist halt irgendwie so, aber diese Freude, diesen Spaß auch am Leben haben, das ist einfach, weil das Leben ist einmalig und du weißt nicht, ob du morgen wieder aufwachst, also natürlich in der Regel schon, aber es kann immer was passieren und deswegen nicht immer alles herschieben, sondern die Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, jeden einzelnen Tag genießen und da möchte ich einfach wieder die Menschen irgendwie so, ja, daran erinnern und da auch wieder mitnehmen und begleiten dieses Gefühl dann wieder.